Wir haben den 27.08.2022. Jetzt ist gerade die Türkentaube hier gelandet. Ich mache noch ein Backup, darum gehe ich noch nicht raus. Ich warte noch bis ich das hier abgespeichert habe. Sobald das hier abgespeichert ist, komm ich mal. Jetzt lügt sie genau und setzt endlich zum Flugzeug. So anscheinend steht hier noch ein Konstruktus. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal und man sieht noch ihren Kopf ganz weich. Das ist ihr Kopf. Das heisst, jetzt ist noch eine Vorbahn. Also eine Vorbahn ist dort. So dass sie dort über landen kann. Wir haben den 27.08. Mir gehört es jetzt nicht mehr so gut, aber mir gehört es immer noch. Jetzt ist das 18.06.40. Wir nennen das 27.08.2022. Ich habe es da ganz lange Zeit, ich habe es wissen, wenn ich habe mich embaixo. Sobald das die Vorbahn Die Linke anbbart, ich habe es nicht mehr als Nege. Es gibt es nicht mehr. Also, wenn es nicht mehr Zeit auf die Plattform und zu werden, Vielen Dank.